Unser Büro in Düsseldorf bietet für jede Situation und Phase deines Arbeitstages die passende Umgebung. Ob Arbeiten im Konferenzraum oder Open-Space-Bereich, Pause in der Living-Area oder After-Work-Event im Gaming-Room – du entscheidest. Du trinkst gerne Kaffee oder Tee? Dann bist du in einer unserer Kaffeeküchen genau richtig. Hier kannst du mit deinen Kolleginnen eine Pause einlegen, netzwerken oder einfach abschalten. Du möchtest mehr Action? In den Gaming-Rooms auf fast allen Etagen kannst du dich mit Kolleginnen treffen, gemeinsam spielen und auf Erfolge anstoßen. In den Telefonkabinen kannst du dich für wichtige Gespräche zurückziehen und in den Konferenzräumen mit deinem Team an Projekten arbeiten, kreative Ideen austauschen und Strategien besprechen. Und in der Mittagspause? Italienisch, asiatisch oder lieber wie zu Hause? In unserem gemütlichen Restaurant kannst du täglich aus einem vielfältigen Angebot von frisch zubereiteten Gerichten wählen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Du hast Lust auf ein Team-Event oder möchtest den Arbeitstag gemeinsam mit uns ausklingen lassen? Dann werde Teil unseres Teams und genieße schon bald den Ausblick von unserer Dachterrasse. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.